Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Grundwissen zum Thema Drohnenflug. Nachdem ja nun auch durch die Mavic Mini immer mehr Drohnen im deutschen Luftraum unterwegs sind und man dabei regelmäßig auf YouTube und auf Facebook sehen kann, dass einige dieser Piloten entweder gar nicht oder schlecht informiert sind, und mir auch einige Fragen in der Zwischenzeit zu diesen Themen gestellt wurden, habe ich mich entschlossen, für euch ein kleines Wissensvideo zu machen. Darin behandeln wir auf jeden Fall schon mal, was ihr generell zum Thema Drohnenflug wissen müsst, was ihr vor jedem Flug beachten und überprüfen solltet und wie ihr generell einen Flug vorbereitet. Daher beschäftigen wir uns zuerst mit den Voraussetzungen für den Drohnenflug und in diesem Fall dann erstmal mit den Voraussetzungen, die eure Drohne erfüllen muss. Hier allerdings, aufgrund der Sachlage, dass sich noch im Jahr 2020 die Drohngesetzgebung noch einmal ändern soll, hier der Hinweis, in diesem Video behandeln wir den Gesetzesstand zum 24. Februar 2020. Hier ist es noch derzeit so, dass für Drohnen unter 250 Gramm Startgewicht nur zwei Sachen zu bedenken sind. Erstmal für jedes Fluggerät, das ihr nutzt, egal ob eine unbemannte Drohne oder Flugzeug, braucht ihr eine Haftpflichtversicherung, ähnlich wie beim PKW. Diese sollte unbedingt den Betrieb von unbemannten Flugfahrzeugen oder unbemannten Luftfahrzeugen absichern und eine Mindestdeckungssumme von einer Million Euro aufweisen. Dazu muss jede Drohne dem EU-Recht entsprechen. Dies bedeutet, eine CE-Kennzeichnung und auch eine Konformität für die Funknetznutzung sollte vorhanden sein. Für Drohnen über 250 Gramm bis 2 Kilo braucht ihr ein Kennzeichnungsschild für die Drohne. Auf diesem Schild muss eure vollständige Adresse dauerhaft und feuerfest vorhanden sein. Hiermit haben wir dann nun die grundlegenden Punkte, die Drohne betreffend behandelt. Natürlich müsst auch ihr als Pilot noch so einige Dinge beachten. Der Pilot einer Drohne muss in Deutschland beim Betrieb der Drohne nüchtern sein. Ab 0,5 Promille macht sich der Pilot sogar strafbar, da er ab diesem Wert als absolut fluguntauglich gilt. Ebenso darf der Pilot keine Drogen oder andere berauschenden Mittel oder Medikamente konsumiert haben, welche die Flugfähigkeit einschränken würden. In Deutschland gibt es zumindest nach derzeitigem Standpunkt noch kein Mindestalter für Drohnenpiloten. Die meisten Versicherungen bestehen aber darauf, dass der Drohnenpilot mindestens 16 Jahre alt sein soll. Eine wichtige Information. Hier ist anders als von vielen erwartet nicht der Pilot derjenige, der für Schäden aufkommen muss, sondern der Halter und Eigentümer der Drohne ist die Person, die eine gültige Haftpflichtversicherung abschließen muss und auch für jeglichen Schaden, der durch die Drohne verursacht wird, haftbar ist. Die einzige Ausnahme von dieser Regelung ist der unwahrscheinliche Fall, dass sich eine unbefugte Person eure Drohne ohne euer Wissen genommen und geflogen hat und dabei einen Schaden verursacht hat. Amsonsten gilt, jeder Drohnenbesitzer muss eine Haftpflichtversicherung abschließen, egal wer die Drohne fliegt. Die Mindestdeckungssumme sollte, wie eben schon erwähnt, eine Million Euro betragen. Wenn man die Grundvoraussetzungen dann alle erfüllt und beachtet hat, kann man anfangen mit der Flugvorbereitung. Zur Flugvorbereitung gehört natürlich auch, das Wetter einmal zu prüfen und natürlich auch zu erkundigen, darf ich in dem ausgewählten Gebiet überhaupt mit meiner Drohne fliegen oder bestehen irgendwelche besonderen Einschränkungen, die ich beachten muss. Daher zählt zur Flugvorbereitung, darf ich hier fliegen? Erkundigt euch in jedem Fall im Voraus, ob das Fliegen im geplanten Gebiet überhaupt zulässig ist. Dazu eignet sich neben vielen Internetseiten unter anderem die App der Deutschen Flugsicherung, DFS Drohnen. Wollt ihr über bebaute Grundstücke fliegen, braucht ihr hierzu vorab die schriftliche Erlaubnis der Eigentümer und aller Bewohner. Generell gilt ein Überflug- und Anflugverbot zu Bundesstraßen, Wasserstraßen, Schienen, Stromtrassen und vielen weiteren öffentlichen Bereichen wie Gefängnissen, Behörden, Krankenhäuser, Kirchen oder anderen öffentlichen Einrichtungen. Hierzu müsst ihr immer einen Abstand von mindestens 100 Meter einhalten. Dieser ist gesetzlich vorgeschrieben und darf nur nach Erteilung einer Sondergenehmigung, welche nur gewerbliche Drohnenpiloten erhalten können, unterschritten werden. Neben dem Faktor, darf ich hier fliegen, ist natürlich auch wichtig, kann ich hier fliegen. Daher prüft vor eurem Flug, ob die Wetterbedingungen einen sicheren Flug zulassen. Die meisten Drohnen können nur bis BF5 sicher betrieben werden. Nutzt also Flugwetter-Apps, denn während am Boden noch wenig Wind und angenehme Temperaturen vorherrschen können, kann sich das schon in einigen Meter Höhe bereits massiv verändert haben. Aufgrund schlechter Wetterbedingungen können Drohnen oftmals abstürzen, weil die Propeller vereisen oder diese vom Wind einfach abgetrieben werden. Wenn ihr alle Vorbereitungen erfolgreich abgeschlossen habt, dann steht ja auch schon der eigentliche Flug an. Und gerade beim Erstflug einer Drohne oder beim Erstflug generell als Anfänger, gibt es einige Punkte zu beachten und dazu möchte ich euch ein paar Tipps geben. Fliegt am Anfang nicht zu hoch. Ihr werdet merken, 30 Meter Höhe reichen im ersten Moment erstmal Dicke für den Erstflug. Hier spürt ihr schon deutlich, welche Auswirkungen Wind auf eure Drohne haben kann. Dasselbe gilt natürlich auch für die Entfernung. Fliegt nicht zu weit raus. Generell ist in Deutschland der Betrieb einer Drohne nur auf Sicht erlaubt. Sprich, ihr müsst die Drohne jederzeit ohne optische Hilfsmittel im Auge behalten können und die Position und Richtung sicher ausmachen können. Für den Erstflug eignet sich für euch am besten ein großes freies Feld, ohne Hindernisse wie Strommasten, Telefonmaste oder Bäume. Auch Tiere sollten sich hier zu keiner Zeit auf diesem Feld befinden. Achtet nicht nur bei eurem Erstflug, sondern bei jedem Flug auf eure Umgebung. Sportflugzeuge, Segelflieger, aber auch Vögel und sogar andere Drohnen können euch im Flug plötzlich überraschen und eure sofortige Reaktion und Aktion erfordern. Gerade Raubvögel sind auf Drohnen nicht immer besonders gut zu sprechen und holen diese auch gerne schon mal aus der Luft. Habt ihr die vorgenannten Punkte nun alle bedacht und sicher umgesetzt, steht eurem Flug erstmal nichts mehr im Wege. Zusätzlich möchte ich euch noch ein paar Tipps für einen stressfreien Flug geben. Gerade in Bereichen von bewohnten Gebieten, ob nun angrenzend oder direkt darüber, kann es hilfreich und wichtig sein, vorab die Polizei über euren Flug zu informieren. Gerade in der heutigen Zeit sind Anwohner und Bewohner sehr nervös, was das Thema Drohnen angeht. Da wird dann gerne und schnell die Polizei gerufen. Ist diese vorab informiert, kann sie aber schon am Telefon beruhigen und muss euren Flug nicht extra mit einem Streifenwagen stören. Denn solange euer Flug den gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien entspricht, hat auch die Polizei dagegen nichts einzuwenden und freut sich über eine Vorabinformation. Wichtig ist jedoch, wählt dazu nicht die 110. Sucht euch über Google die zivile Rufnummer der zuständigen Polizeiinspektion. Ruft kurz an, sagt wer ihr seid, was ihr vorhabt und wie lange ihr etwa brauchen werdet. Innerhalb von 1,5 Kilometern um einen Flugplatz herum ist das Betreiben von Drohnen grundsätzlich verboten, egal innerhalb welcher Höhe. Außerhalb des 1,5 Kilometer Radius dürft ihr eure Drohne betreiben. Ich halte es jedoch so, im Umkreis von 10 Kilometern informiere ich vorab den Tower über mein Flugvorhaben. Am Tag des Fluges melde ich mich noch einmal beim Tower und teile ihnen unmittelbar vorm Start meine genaue Position und meinen Start mit. Auch gebe ich dem Tower Bescheid, sobald ich meinen Flug beendet habe und wieder am Boden angekommen bin. Dies kann ich jedem Drohnenpiloten nur zur eigenen Absicherung empfehlen. Auch gestaltet es den Luftraum für alle Beteiligten wesentlich sicherer. Dazu gehört es auch, dass man zur Luftraumbeobachtung am besten eine zweite Person mitnimmt. Diese kann, während ihr die Drohne im Auge behaltet, schauen, ob andere Flugobjekte in der Nähe sind. Denn ihr seid das letzte Glied in der Kette. Jedes andere Flugobjekt hat euch gegenüber immer Vorrang. Ihr müsst also da immer zurücktreten. Sprich, seht ihr ein Flugzeug in eurem Luftraum, müsst ihr landen. Hier gilt generell der Grundsatz, Sicherheit zuerst. Daher ist es auch wichtig, dass ihr die Grenzen eurer Drohne kennt und beachtet. Um zusätzlich Ärger entgegenzuwirken, kann ich auch jedem nur empfehlen, angrenzende Bewohner vorher anzusprechen. Erklärt ihnen, warum ihr dort fliegt, was ihr vorhabt und dass ihr keinerlei Interesse an ihrem Privatleben habt, sie also nicht ausspionieren wollt. Zu guter Letzt eine Warnung an alle, die denken, das interessiert mich absolut alles nicht und ich fliege so, wie ich will und wie es mir gefällt. Verstöße gegen die Grundlagen, welche gesetzlich für den Drohnenflug vorgeschrieben sind, können mit Bußgeldern bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Hierzu zählt zum Beispiel die Nichtbeachtung von Flugverbotszonen oder Mindestabständen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Sollte euer Flug sogar ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr sein, könnt ihr mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft werden. Diesen gefährlichen Eingriff müsst ihr selbst noch nicht mal persönlich mitbekommen. Es reicht schon, wenn der Tower eure Drohne auf dem Radar wahrnimmt und dadurch gezwungen ist, andere Flugzeuge umzuleiten. Auch dies gilt schon als gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr und kann entsprechend mit Gefängnisstrafe bestraft werden. Andere Luftfahrzeuge haben immer Vorrang. Das heißt, von Flugzeugen, Heißluftballons, Gleitschirmfliegern, Ultraleichtfliegern, Segelflugzeugen haben wir alle uns fernzuhalten. Von daher, gebt Acht und denkt dran, Safety first. Als allerletztes noch ein Tipp am Rande. Sobald ihr einen YouTube-Kanal habt, den ihr monetarisiert habt und dadurch Geldeinnahmen durch Werbeschaltungen generiert, reicht eure normale Erlaubnis zum Drohnenflug nicht mehr aus. Ab diesem Moment braucht ihr einen Drohnenschein für den gewerblichen Drohnenflug. Dies nur als Tipp. Sollte euch dieses Video gefallen haben und die Informationen für euch hilfreich gewesen sein, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und dieses fleißig teilt. Schaltet auch in Zukunft wieder auf meinem Kanal ein. Danke und bis zum nächsten Mal.